Hallo, mein Name ist Eduard Giesbreich, ich bin von Bolivia, der Pastor von mir in der Kirche. Vielleicht kannst du mich über das YouTube-Programm von Ekeran. In diesem Thema werde ich sehr gleich zu reden, was mir sehr geholfen hat, und wo ich mir wünsche, dass ich dir geholfen kann. Das ist das Leben im Heiligen Jes. Ich habe lange Zeit in meinem Leben, ich bin Christ, ich habe den Heiligen Jes in meinen Beinen, aber es spürt sich, dass ich bloß auf dem Garten Weg konnte, und es ist nicht wirklich fair, wo ich komme. Du wirst nicht wirklich sich übersehen, und ich wüsst nicht, wo ich bestanden bliebe konnte. Aber ich habe einmal erwartet, dass du wirst nach mir, ich kann den Heiligen Jes in der Kirche erfüllen, ich kann getauft werden mit den Heiligen Jes, ich kann am Falle erleben. Das sind verschiedenste Wir, die wir brücken können, und bei Tagore, was das meine Zeit ist, dass wir voll von einem sind, so voll, dass wir das nicht mal für uns heulen können, sondern wir immer schälen. Und wenn sie schauen, wie vielleicht eins die Christen wird, und wir denken, oh, das ist ein Bestes, wie ihr werdet, wenn sie so voll sind, die können das nicht für sich selbst hören. Und ich hoffe, ich sehe auch einer von diesen Christen, die so voll wirklich ist. Wir reden im Vereinprogramm davon, dass wir, wo wir das erfüllen können, und wir beten, und wir lauten den Heiligen Jes an, und ich hoffe, du hast es getan und erfüllen. Und wenn nicht, wenn wir gelaufen sind, es ist noch nicht so weit, dann werden wir bloß wieder beten, wieder am Ende lösen, wieder hängen bleiben, dort wir den Heiligen Jes voll können anzuhören. Und hier ist ein Denk, wenn wir am Oberhand, dann kommt ein Denk, wir können nicht stehen bleiben, wir können nicht fühlen sein, wir machen was da. Und der Heilige Jes ist so rettend, dass er merkt, dass Dinge da. So, das ist mein erster Punkt. Wie kriege ein Deins? Wie kriege ein Abgehör, das hier anzugeben wird. Hey, das ist dein Abgehör, das du daunen sollst. In der Pfalzerfeier redet du davon, weil wir einzeln aus der Kirche taub schaffen, weil wir alle fährdweich gehen sollen. Und du sind zwei Pfarrer, die mir sehr wichtig sind, wo du von verschiedensten Deins redet, von verschiedensten Orbeiden, die wir in der Kirche können haben. Dann sagt uns das in der Pfalzerfeier in der Pfalzerfeier auf und wieder. Seine Goven währenddessen, dort er eine aus Apostel, eine aus Propheten, eine aus Evangelisten, eine aus Hord, und eine aus Lierers Anstaltendeit. Dit deit he, um all Gottesine Kinger dem Christen Deins reiten zu machen, wo durch Christus seine Gemeinde gebührt wird. So, die Gemeinde soll gebührt worden, und wir brauchen verschiedene Orbeider. Wir sind nicht immer reine Orbeider in der Gemeinde Gottes. Der Heilige Jes, der Heilige Jes, er hilft jeder ein von uns eine verschiedene Orbeider. Hier habe ich fünf Deinste, die er uns verstanden hat. Das erste nennt er ein Apostel ab. Apostel sind Menschen, die eine Leichtigkeit haben, zu daunen, oder anzufangen, die große Herden Menschen anzuleiden. Ein Apostel, als vierten sind, er wird ein Rahmen reisen, und vielleicht irgendwo eine neue Zeug anzufangen hat. Das ist seine Leichtigkeit, das ist seine Orbeider, die Gott ihm gegeben hat. Und dann gibt es die Propheten. Ein Prophet, das er sagt, uns vielleicht die Zukunft. Er sagt uns eine Botschaft von Gott. Das kann eins mal die Zukunft sein, aber nicht immer. Aber er will uns deutlich machen, das ist, was Gott zu sein hat. Und er sagt auch für uns, hey, hier bist du arig. Propheten sind eins mal ein bisschen amakeliger Menschen an uns, aber trotzdem sollen wir mit ihnen töten schaffen, während sie vordern uns sehr ruht, dass wir auf einem goldenen Reichen weit bleiben. Dann haben wir die Evangelisten, und ich glaube, solche Menschen, wie vielleicht Ola, ziemlich gut. Das sind solche Menschen, die einfach eine live Hand anderen Menschen von Jesus zu vertellen. Die wollen gar nicht vermerkt die Zeug fahren. Die wollen bloß hieruit fahren. Und das ist neidisch, dass wir solche Menschen die Hand in die Zeug in ein Ruhm laten, dass sie das tun können. Dann habe ich das gehört, oder die Pastores, oder die, die wird abhossen gleich nach andere Menschen. Das sind diese Menschen, die sagen, hey, kommt die Zeug, und ich will sie ein bisschen strickeln. Ich will abpassen, dass die das sein wird. Wo geht die das in deinem Christenleben? Die Redeze läuft tollig. Ich selbst will mich ein bisschen in ein von diesen Menschen teilen, dass ich dort mich als Abgeordnete geeft habe. Und dann gibt es die Lehrer, die gleiche zu einer Rechte. Die nehmen die Bibel und sagen, hey, so sagt es in der Bibel, kannst du das verstanden, kannst du das begrepen? Gisteren, als ich das lasse, dann weißt du, dass du das und die Welt jeden Tag wird nicht lernen. Wer wird dich auch rümen, in der Kirche. Viele Mal sind diese Personen, diese fünf Personen, und dort sind viele Menschen, und dort wird jeder mal nicht alle überraschend sein, aber jeder hat, wenn er ein oder ein paar von dieser Abgebung kriegt. Und viele Mal habe ich den uns mit, und wir glauben, wenn die Exe von dieser sagt, die Bibel aber wenn wir den Heiligen sind, dann hilft er uns die Einigkeit, dass wir das trotzdem tun. Vielleicht fragst du dich, wo kann ich meine Abgebung tun? Wo kann ich das tun, was der Herr von mir verlangt hat? Ich will ein Arbeiter sein, aber ich verstehe das nicht. Dort geht es, wenn wir voll vom Heiligen sind, dann fehlt uns mit Gowen. Er hilft uns alle, ein oder mehrere Gowen, die vom Heiligen je sind. Und dort sind 1. Korinther 12, dort Kapitel, du hast viel zu studieren. Wir waren von der unklinierten Port von der Ewagone. Und in den ersten Versch zeigt ich, dass wir nicht alle im Anklaren bleiben. Wir sollen mehr weiter, wir sollen lesen, studieren und erfinden, wo er kann meine Gowen haben, wo er kann diese Gowen Port von der Gowen waren. Nummer, der 4. Versch zeigt, dass die verschiedenste die Gowen sind. Und dann, in den 5. Versch zeigt ich, dass die verschiedenste deinsten sind, verschiedenste Arbeiten, die wir in den Routen sind, Apostel und so weiter. Und dann, der 6. Versch zeigt, verschiedene Kroven. Und das hört sich ein bisschen interessant, wie er da redet hat. Und dann, im 7. Versch, tut ich noch etwas zu sagen, da sagt es, wie wirkt in jedem. Und wann das jedem sagt, dann sie auch gemeint, besonders und du auch besonders. Du hast Gowen von den Heiligen Jesu, weil du voll von ihm bist. Und weißt für wem diese Gowen sind? Das sind für die Brüder und Zestere, Ram die Ram. Das sagt, die sind ihm nutzen für allem. Und dann ist du Vers 8, bei 10, eine Liste von Gowen abgeschrieben. Und ich werde die Liste mal lesen. Und er sagt es, dass einen Worte durch den Jesu in Wesen zu reden, einen anderen Worte durch den Selbst in Jesu Erkenntnis fern nachzubringen, einen anderen als der Glauben durch den Selbst in Jesu. Einen anderen als der Gowen zu heulen durch den Selbst in Jesu. Einen anderen als der Kruf Wunder zu tunen, einen anderen als die Prophetisch zu reden, einen anderen Verschiedene Spröken zu reden, und einen anderen der Spröken zu reden. Aber all das wird ein in derselbe Jesu, und einem jeder durch den Tod aus heute. In der Jesu Jesu wollen wir einfach mal betrachten, was sind das für Gowen. Und dann haben wir vielleicht das Verständnis, dass wir ein paar Gräber hoher. Ich habe in meinem Wort ein Pfiff und das ist ein Gowen. Das ein Gowen, das der Heilige Jesu ist. Du bist mit einem Freund und einmal kommt ein Gedanke an, das ist, dass dein Freund eine Entscheidung traf. Und du weißt nicht, soll es eine Gedanke, wo du denkst, ich selbst würde niemals ab diese Idee kommen. nach Gott führt mir diese Gedanke, dass die andere Person eine Weisheit in seinem Leben reden. so wird viele Träubels auf dieser Welt in der Weisheit reden. Das ist die Weisheit von Gott der Erkenntnis. haben. Was für eine Erkenntnis hast du? Dort können wir gut sagen, die Bibel zu lesen. Wenn du die Bibel aufschlundet und diese Erkenntnis hast, dann redest du jetzt, dass du hier war lebendig zu dir. Aber die Erkenntnis geht es noch wieder. Vielleicht betest du mit einem Freund, oder erforscht eine Gedanke. Vielleicht denkt dass dein Freund eine böse sind in seinem Leben hat. Und du denkst bloß, wo in der Welt geht es, dass dieser Mensch hat kein Gedanke. Vielleicht nicht. Aber wie du kannst wo er auf der we geht und sagen, du mit die Taupe, oder du einfach einfach nur aufmerken, dass du eine Städte kriegst, wo du in seinem Leben in dem das ein extra Glauben. Vielleicht hast du ein großer Trübelfahrer, oder eine große Krankheit. oder irgendetwas, was nicht so so sein soll. Und auf einmal du hast ein extra Glauben, dass du weißt, wo ich überkommen kann. Vielleicht hast du einen Freund, oder du hast extra Glauben, dass du kannst Dinge ausmelden. Vielleicht hast du die ersten paar, die ich abgenommen habe. Vielleicht hast du zwei oder eine Weiß. Dann wir sagen, das ist bloß für die Bibeltied. Du wirst so in der Sache heilen. Hast du einmal für ein Kranken gebet? So wie man krank hat, wie seine Doktor noch fehlt. Und wie die Menschen sind besonders dass ihr beten. Wirklich? Ist die Medizin unser Gott geworden? Aber wir brauchen die die nicht von sind. Aber sehr viel hat Gott lange geplant und wir haben Angst. Das nächste ist Wunder. Wunder können eine Heilung sein. Aber wir brauchen ein Wunder an Wunder. Das ist eine Sache die jede Dage passiert. Ein Wunder ist ein Wunder. Das ist eine Sache. Hast du ein Wunder erlebt? was passiert wenn du gebeten hast. Wenn das passiert ist ist ein Freund ist prophetisch reden. Das wird eine Botschaft von Gott nur ans Menschen bringen. dann habe ich einen Freund erreicht. soll meinen Freund hier nicht sein. Aber dort ist eine Botschaft von Gott direkt in mein Wort er kann. Die nächste ist ist Jes zu unterscheiden. In dieser Welt habe ich den bösen Jes und wir haben den hellen Jes und den hellen Jes versuche sich so ab zu machen. Aber noch die vielleicht sogar mit guten Sachen kommen. Einmal sind Menschen die Menschen sind so gut die sind. Aber noch mal die Frau hat das gut zu unterscheiden. die Menschen wenn ich in einer Situation nicht von Gott komme oder nicht. Die nächste wird verschiedene Sprachen reden. in tongue reden. Das ist vielleicht für uns ein Thema was besser besiedelt. was wird du sehr viel gut hat. tongue reden als eine Sache wird in Apostelgeschichte das ist von die Sachen wird genannt. Das ist eine Bede von anderen Menschen oder sogar Menschen können sich betieren. Das wird in Apostelgeschichte in 2 passieren. In der letzte Sprache wird die Sprache oder die Sprache wird nicht bloß eine Sprache ist. Das ist eine himmlische Sprache vom Hellen Jes. Wenn du in Afrika das ist eine Sprache und eine andere Sprache hat das passiert. Aber die himmlische Sprache hat eine andere Person hat eine andere Person hat eine andere Person hat eine Botschaft eine sehr wichtige Botschaft für ihr persönliches leben. Hier erklärt was sehr wichtig ist, dass es ein wirkliches ist, dass es nicht Menschen gespielt ist. Wenn du noch nicht in das Kapitel noch sehr frem ist, dann fang an einfach an zu gehen und fang auf zu sagen, hey Jes, wo hast du für mich? Ich will dir die letzte Frau, hast du all jessliche Goven? Wo bist du all mit den Taub? Oder musst du noch immer allein? Ein weil ich die sage, das sind nicht die Goven, mit denen wir einfach geboren sind. Wie kann man einen zu Menschen sein, der kann singen, der andere kann regnen, der andere essen Gouda Forma? Wie sage ich, das ist meine Goven? Ja, als Menschen habe ich so ein Talent gekriegt, aber das ist eine Sache, die Gott den Tag plantet hat, das ist nicht so, was wir mit Geboren geworden sind. Und das ist nicht etwas, was ein kleines Kindes richtet, oh, das Mensch ist dort und dort. Einmal sage ich, das ist einfach, das ist einfach, was büteweinlich ist. Wo kannst du dann anfangen? Du kannst einfach mal anfangen zu arbeiten. Vielleicht mal anfangen für kranke Menschen zu beten. Vielleicht einfach mal zu Frau Gott, was hast du für mich? Und all diese Goven der Längene. Frau Gott, ich will die Goven von Tungen haben, ich will die Felsen mit den Heiligen Jes. Und auf einmal wird die Heiligen Jes deine verschiedenste Städte bringen. Über die Jahre habe ich verschiedene von diese Goven erfreut. Ein von die Goven wird mir persönlich sehr hauptehaft, dass es in Tungen zu beten. Besonders, wenn ich Botschaft bringen möchte, dann ist das ein Schwere kommt, was die Sorte und jene anzugehen will. Und du hast dann eine Haupt vom Heiligen Jes, wo du sagst, hey, du kannst in meine Sprache beten, ich will dir das beten geben. Ich weiß nicht einmal, wo ich beten soll. Ich will dir helfen. Das ist auch sehr wichtig, wie den Heiligen Jesen oder die Goven Frau. Das wie eine Frau, ich will mir. Und wenn wir das dann haben, dann habe ich vielleicht Angst, wo ich das alle erreicht. Wo ich reiche für den Krankenbeten, wo ich reiche in Tungen beten, wo ich das reiche tun. Weißt du was? Du kostst viel am Möcke. Gott ist für Jäfte. Sieh einfach ganz ruhig und zandere Zäure dort ab. Und freu ihn, wo du die Brücke kost. Wenn du interessiert mich, von diese Goven zu haben, dann freu doch einen Freund die die Hänge ablehend hat und wo du das mit einem beten kost. Wir wollen das auch gut stellen, dass ich und du beten und ich will meine Hänge hier ausstreichen und dass ich sonst die Hänge ablehne, dass ich hier für die bete will. Ich möchte noch ein letzter Vers sagen, was sehr wichtig ist. 1. Korinther 14 Vers 1 sage ich, dass wir alle Hänge an die jästliche Goven sind. Wir sollen dort einfach das Emme Meier an Meier wählen. Dort soll ein Hunger in uns sind. Bist du all hungrig nur die jästliche Goven? Ich will nun für die beten, dass du voll gefällt vom hellen Jäst und dass die jästliche Goven über die möchte bloß einfach sträumen. Heilige Jäst, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du hier bist. Und für diese Person wird es nicht gekämpft, als sie allein ist oder in der Gruppe ist. Ich beden, Heilige Jäst, komm über diese Person im Namen Jesus Christus. Du hast die Kraft damals ausgegetan und wir sind die von dir so dankbar. Und ich beden, Heilige Jäst, voll diese Person mit Goven. Dass er weiterkommt, ich sehe, ihr fällt mit den Heiligen Jäst. Und dass er anfangen konnte, diese Angst zu verlieren und dann anfangen zu sagen, ich sehe voll und ich konnte diese Goven üteilen, damit die Kirche Jesu Christi konnte sein. Dankeschön für das wunderbare Thema, im Namen Jesus Christus. Amen. 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 !